Yo, yo, was g'scheit? Auf, nehmt, neboll! Was geht o? Da sind wir wieder mit Gears of War 4 und Mitarbeiter Battle Panda, der mehr Frauen in der Kiste kamt als, äh, als ein, ähm, als ein Leichenbestatter. Richtig, Friend? Klar. Du schaust aus. Mehr Munition wär eigentlich gut, ne? Eigentlich schon, aber naja. Ich glaub, die Karte, haben wir die nicht auch schon mal gehabt? Ich glaub so, Friend. Ich hab, der Lee... Wow, 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 Friend mich auch. Wie ganz faszinierig. Ja, go. Oh, wow, 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 wow. In die Kosche kaut. Einfacher mal, ja. Das läuft eigentlich, ist gar nicht, gar nicht so schlecht heute. Wow, mich hat's zerlegt. Wow. Ich hab's abzüglich. Ich komm mal von der anderen Seite, Fred. Ja, ich hab' ich verladen. Ja, ich hab' ich verladen. Links oben zieht, das kann er, oder was? Wow. Ich hab's komplett zerlegt. Komplett zerlegt. Ich sag mal, wie schnell die sich aber auch bewegen, ne? Ich hab' ich verstanden. Ja, ich hab' ich jetzt zu. Auf die Blick. Verstanden! Ja. Ja. Ja! Ja, ich hab' ich jetzt! Ja! 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 Wow, 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 oh nein, das ist wieder voll, mich hat es zerlegt, das ist total übel. Oh, wow, wow. Oh, yeah. Friend, drück einmal Steuerkreuz auf links oder rechts, wo hast du die Handfeuerwaffe, Friend? Die habe ich ja vorher auch schon gehabt, Friend. Ja, aber die ist ja ne gut, Friend. Das heißt ja nicht gut, aber wenn die dabei ist... Der Friend. Er zeigt uns, das sehe ich. Pass auf, rechts. Da kommen wir es ja meistens. Schau, da steht Schadner. Sauber, Fred. Mit A kannst du dich nicht dagegen lehnen, dann hast du ein wenig bessere Deckung. Oh, voll. Klar, er kommt, ne? Dich hat es voll zerlegt, Friend. Volle Knie. Brutal. Aber voll. So schnell habe ich gar nicht geschaut, hat es mich zerrissen. Das ist der letzte von uns. Ich glaube, wie der sich bewegt, ne? Ich weiß nicht gut zählen, tut er aber auch nicht, ne? Na. Verflucht, das scheiß Ding! Na. Oh, yeah. Das ist auch noch der letzte, gell? Was macht denn der? Unentschieden, passt. Unentschieden. Damit kann ich leben, Friend. Da kann ich leben. Klar, klar. Das ist meines Wunders. Gott sei Dank, muss das. Da sehe ich mich, Friend. Das holt mich voll ab. Unentschieden ist okay. Klar. Klar. Wieso ist denn ganz da hinten einer gestorben? Oh, Mann. Mich hat's zerlegt. Nett. Oh, wow. Mich hat's zerlegt. Oh, wow. Mich hat's zerlegt. Weiß, da kommen wir es ja einfach von der anderen Seite. Das ist irgendwie ein bisschen mies, ne? Ja. Mein Gott. Ja, du kannst dich nicht mehr wiederbeleben. Ich hab's zerlegt. Ich hab's zerlegt. Ich hab's zerlegt. Weißt du, weil es dann einfach von der anderen Seite kommen. Das ist irgendwie echt dumm. Die Webelkette raus, Hertlinge. ist nicht so gut laufen heute warm action Action, Friend. Action. Holen wir sie uns. Mein Ziel anvisieren. Ah. Boah, der hat's ja gleich voll zerrissen. Und schon wieder anzerrissen. Das ist super. Wow. Wahnsinn, ey. Schaut, er hat sich gleich mal eine Waffe krallt. Mich hat's zerlegt. Mich hat's zerlegt, Friend, aber total. Mich auch. Friend. Das gibt's doch nicht. Oh. Hammer hat. Übel, ja. Jetzt hat's weiter. Kleiner links rum. Erfekt abgepasst. Leute, passt auf. Wir haben die Seite gekauft. Ach, komm. Mich hat's zerlegt. Du Drecksack. Mich hat er... Mich hat er... Mich hat er Arzt. Übel, das ist echt übel. Die Karte ist auch echt dumm. Da hat mich jetzt jemand mit seiner See. Zerlegt mit der See. Mit der See. Ich hoffe, dass er jetzt mal wenigstens ein bisschen bessere Karte. Weißt du, wenn ich dann einfach so von hinten komme? Das ist total magisch. Marder. Und der ist aber nicht so. Weil das muss go sein, Friend. Ach, komm. Äh, schießen sie wieder mit Sniper rum. Wow, mich hat's zerlegt. Gleich wieder rein. Gleich wieder rein in die Hütten. Ah, die schießen wieder mit Sniper. Ja. Ich komm gar nicht hinterher. Ja, 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 ja. Da geht's ja gleich weiter, Friend. Da geht's gleich weiter. Wo bist denn du? Ich bin... Mich hat's zerrissen, Friend. Aber ich bin gleich wieder da. Gleich wieder links da. Dieses Vorsprüngchen da hoch. Jetzt hat er wohl schon wieder da gesnipert. Aber ich... Ich hätte ja jetzt auch stampfen können, oder? Echt? Ich bin wieder da. Ich melde mich wieder zurück. Ich melde... Zack. Zack, hat's mich voll zerrissen. Friend, du bist schon da rein? Ja. Ich war da oben auf der Treppe, wollte gerade vor, wollte gerade schießen. Zack. Okay. Aber ich melde mich wieder zurück. Bats, 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 Bats. Der Friend. Der weiß, wie das geht. Schau, da ist irgendwo einer mit einer Sniper unterwegs, ne? Ja. Aha. Entdeckt. Aha. Rechts da oben irgendwo. An der Treppe da oben ist diese... Wenn ihr dort an der Treppe... ... auf der anderen Seite gegenüber... Okay, ja. Aber ich muss jetzt erst mal den da packen. Ach, der steht, glaube ich, Hotel. Ja, genau, der steht so. Ach, da rechts oben, ne? Ja, ja. Ja. Der hat auch die Scheiß-Sniper. Der Lappen. Irgendjemand schießt schon immer. Mhm. Wow, natürlich. Weil man gerade die Waffe holen wollte. Den hat es zerlegt. Mir hat es total zerlegt. Oh, keine Spawn mehr. Bei der auch nicht, gell? Ach, schau, du kannst die anmarkieren. Edzard. Wie kann man die anmarkieren? Oh Gott, wenn ich weiß es nicht. Die sind nur noch zu zweit. Jetzt ist er alleine, oder? Schau, der hat aber auch nicht geholfen. Ja, die Karte, die ist schon ein bisschen besser, ne? Weil ich finde, leider, die meisten Karten, die sind einfach nicht so gut. Nee. Ja, komm. Den hat es zerlegt. Also auf jeden Fall kann man die Leute anmarkieren. Da müssen wir echt mal gucken, wie das geht. Ja. Ah, komm. Ich bin jetzt sofort zerlegt. Sofort. Also wie es anmarkieren geht, das war sehr verächtet, ne? Okay. Bleib lieber ein wenig da hinten. Ach, komm, ernsthaft? So was lächerliches, ey. Mich hat es total zerlegt, friend. Aber übel. Ah, schon wieder wegsnipe one. Wir sind da richtig gedrungen. Ja, da merkt man schon, es sind ein paar Gute dabei. Ja. Wow, 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 wow. Wo ist denn der? Ach, komm! Mann, ne? Das ist ja so schwer, ne? Ja. Ah, doch, hier, sonst bauen wir da. Ja. Ja. Das wird auch! Ja! Das ist eine Granate! Scheiße! ach komm ja der modus wäre ja sache aber ich weiß nicht dass er überhaupt nicht oder frank fällt jeder modus ich spiel geworden team der wird schon das ganz linke oder und jetzt muss es Let's go. Ja. Anstatt sie auch dann immer gleich so weit vorrennen würden, ne? Ja. 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 No. Ja. 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 Na ja. Ich bin da mal soamos. Ja. Ja. Ich bin da mal so ein guck. Was ist das denn, Mann? Ach, komm! Ich hab's zerlegt, Friend. Wo ist eigentlich der Friend? Ich bin doch, Friend. Ich lauf heute wieder mal hin. Ich hab mich da vorhin versteckt und wollte einmal vor, und wollte einmal schießen, dann zack, hat mich schon zerlegt. Oh, ne Zerarscher, mich hat total zerrissen. Das ist zu mir! Ach komm Was soll ich machen außer drauf schießen Du weißt schon Ja Der Frendel ist schon wieder kaputt Ich bin schon wieder Mich hat's zerrissen Die Knalle ist schuld Der hält sich aber wacker Ja Aber wie das anmarkieren geht Das würde mich schon interessieren Aber da sind ja doch noch zwei da Schau Werfe Granate Die Knalle ist schuldig Die Knalle ist schuldig Die Knalle ist schuldig Wir sind nicht so gut Wir müssen mal ein wenig bei den anderen bleiben Man könnte meinen, man ist im Nürnberger Zoo Hauptbahnhof So wie das da ausschaut Locker Der So, Mönchlinge. 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 Ach, komme. Mönchlinge. 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 Ach, komm. Ich hat es zerlegt, Fred. Ach, komm. Wow. Sofort zerlegt, Fred. Ja, sofort zerlegt. Der steht da irgendwo auf dem Turm oder so. Mönchlinge. Ja, das habe ich vorhin ausgemacht. Wir quindern ja da mal ein Spiel, ne? Nee. Okay. Okay. Das war jetzt nicht so gut. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt. Ich denke nicht mehr, dass wir da jetzt noch mal irgendwie ein Video machen, oder, Fred? Weil, pff. Es ist irgendwo immer dasselbe. Wir sind unterbuttert, ne? Ja, aber übitzt. Es bringt so nicht viel, ne? Also, wir können ja nicht wirklich was zeigen, leider, ne? Nein. Wir sind halt doch nicht wirklich stabil. Das sind wir nicht ganz stabil, ne? Deswegen hätte ich gesagt, reingehauen, Ehre, Abfahrt!